Guckt euch unser Chaos an, was wir im letzten Part verursacht haben. Alter Schwede, brennende Schiffe, wir haben ein ganzes Schiff untergehen lassen. Boah, voll heftig, aber das andere Chaos erwartet uns noch. Wo ich im letzten Part natürlich wieder grandios gefailed habe. Ich muss es wieder gut machen, es geht nicht anders. Ihre Frau, eine Frau muss auch manchmal ihren Mann stehen, nicht wahr? Und das machen wir jetzt auch. Wir kommen zurück zu Separate Ways mit Ada Wong, die einen sehr asiatisch klingenden Namen hat, aber ich glaube keine Asiatin ist, oder? Ist Ada Wong eine Asiatin? Oder Vietnam nie sind, oder irgendwie sowas? Ups. Äh, wow! Okay, okay, okay. Das habe ich jetzt nicht bedacht, dass hier so ein Typ rauskommt. Und ja, ihr wisst, ihr seht schon, ich habe hier alles schön ordentlich gemacht. Ordentlich. So. Okay, und. Verdammt. Ich muss, ich sollte sparsamer sein mit meiner Schrotmunition. Und dafür mehr meine Black-Til-Munie einsetzen. Ja, richtig geil. Ja, bam! So, okay. Was hat mich im letzten Party nochmal so grandios gekillt? Ich könnte ja ausrasten. Tschüss hier, so. Lässt mal was fallen? Er lässt nichts fallen, doch. Ha, schön. So, ich habe das gelbe Kraut in Erinnerung, aber ich muss erstmal... Wie es hier aussieht, ey! Jetzt ist alles voll. Okay, wartet mal. Hä? 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 Oh, nein. Ach, guck! Stimmt, ja. Diese Elektroscheiße war ja so ein bisschen mein. Verdammt, okay. Keine Angst, Leute, ich habe genug Pistolenmissionen. Ich balle einfach mal alles vom Weiten. So, der ist dauernd. So, der hinten mit seinem Fall und Bogen kann sich mal pissen, Mann. So, komm her. Ja, bam, 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 Alter, Headshot und... Oh, nachladen. Ja, der braucht zu lange. Ist der dumm, Mann! So, komm her. So, schlitz. Voll ins Bein. Oh, meine Halsschlagader. Ich meine, meine Beinsschlagader. Gott. Tod. So, hinten wieder als kleiner Blutfleck. Und weggesaugt wie ein Schwamm. So, hier ging es noch nicht drauf, ne? Ne, von der anderen Seite. Und das ist unser gelbes Kraut. So, ich nehme erstmal die Schroppunition mit. Sehr geil. Hä, was? Wer spricht hier? Dem Romer, warte hin. Was willst du denn? Ich komme runter! So, es war doch hier gleich so ein geiler Fass, ne? Ja. Da kommen sie an den Rand. Ich komme! Warte, ob ich ja vielleicht ein bisschen warten soll. Oh. Äh. Mit einem Schuss. Warum sind manche so schwach und manche nicht? Ist wohl ein critical hit. Ich habe mir das auch in echtem Spiel eingebaut. Ah, ich muss auf den Holztypen auf seine Beine schießen. Ah, es hat geklappt. So, komm her. So, das bleibt euch hier richtig schön. Nacheinander. Backburnen. So, down. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich habe er ausgeholt. Verdammt, Mann, das Bein. Ach, geht ja gar nicht mehr. Toll. Natürlich. Soweit das Vieh raus ist, sind sie an den Beinen unempfindlich. Ist schon klar. So, okay. Da oben stand die ganzen Typen. Genau, genau, genau. Wartet, wartet, wartet. Wartet. Nicht mehr so viel Munition, aber dafür werde ich sie nutzen. Vor allem dieser Typ mit dem Elektrostab da. So. Und? Hat der einen Stahlkopf auf? Ne, hat er nicht. Einen Stahlkopf vor allem. Mit so einem Helm. Oh, voll die Glatze. So, wer kommt da an den Rand? Achso, der Typ. Oh, noch mehr Pfeile. Geil. Pfeile, die werde ich auch bald mal einsetzen. Ich weiß bloß noch nicht genau. Nein, 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 nein. Ich habe viel zu viel Pistolen hier als statt hier. Anstatt hier meine Gremtranaten zu verwenden, ja. Vielleicht brauche ich sie nochmal dringend. Weiß man es? Also ich weiß es bestimmt nicht. Ey, das Kameraperspektive war schon so nach oben gerichtet. Ich muss bestimmt gleich auch mal mit den Enderhaken wieder ran. Jupp, alles klar. Aber erstmal Seidenkristall. So habe ich irgendwas vergessen? Was sagt dein Blick auf die Karte? Weil wir müssen dann immer noch die Euglein für unseren Lux holen. Hier ist tatsächlich noch was. Okay, sieht so aus, als würde ich halt das bekommen, in dem ich Enderhaken mache. Los. Ja, zack. Schwen, wow. Okay. Jupp, da oben wird der Schatz sein. Wir haben das ganze Geld, weil ich die ganzen Typen voll abgeknallt habe. Das ist los, das ist los. So, oh, oh. Wer war hier? Ah, gut. Stein des Unheils, oder was das war? Ah, was willst du denn machen? Oh. Oh. Verdammt, die haben alle... Die erinnert so einen Helm auf, ihr habt. Scheiße. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt gerade? Hatte? Ne, da sind wir schon zu nah dran. Fallenbogen? Nein, noch nicht. Schrot. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So, okay. Mal schön die Brust ballern. So, jetzt reicht's. Jetzt mach ich aber mal hier, ne? Mit Fallenbogen hier rum ballern. Die Explodiener so schön. Wow. Vollgeil. So. Okay, Leute. Machen wir mal ein bisschen hier ein auf... Will Hand Hell. Mal wieder. So, genau. Den Schatz habe ich. Alter, lade noch was. Lade noch was? Was hat da gerade geleuchtet? Ach, ne, waren nur so eine Leuchtioden von der Wand hier. So, egal. So, ich darf aber noch nicht ganz zurück, ne? Ne. Ah. Ah. Ganz, ganz toll. Ah. Oh, wenn ich nicht sofort mich heile, ich glaube, dann würde ich trotzdem so sterben. Glaube ich. Einfach so. Ich habe das ganze Zeit ganz schnell gedrückt von wegen. Hallo, schnell, schnell, schnell ins Menü. Ganz schnell heilen. Sonst werde ich, glaube ich, tot. So. Ah. Ah. Alter, die Tür ist wieder zugegangen. Ja, toll. Überlebt der Typ erst mal eine Explosion. Bist du der Fehler, Mann? Oh, da kam... Achso, da war ein anderer. Der kam von hier. So. Wo muss ich jetzt hin? Wartet mal. Nicht aus Versehen wieder Point of No Return hier erreichen, dass ich mich nicht mehr umdrehen kann. Ich muss... Ah. Ähm, ja. Ja, ich muss da lang aber dann. Ah, okay. Ja, es sieht so aus, als würde ich automatisch zum gelben Kraut kommen. So, halt. So mitnehmen, bitte. Oh, ich höre sie atmen. So, wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn, Mann? Hier ist doch ja, Kerl. Hier wollen wir alle trollen. Hm, hm, hm. Dem P-Money. Oh, hier geht's gar nicht lang. Warum geht's hier nicht lang? Rotes Kraut, aber... Das lässt sich doch gleich wieder super kombinieren. Zack, und schneide ich meinen Dings wieder zurück. So. Warum muss ich jetzt lang? Hallo? Hier geht's hier? Hier geht's doch. Ah, okay. Okay. Größe Überraschung. Hört jemanden rennen? Oh, oh, oh. Was zum... Ich höre keinen. Über mir? Ah, guckt euch den Typen an, Mann! So, ein Penner. Scharf! Scharf! Steht der erstmal da oben auf der Weiblich-Hütte? Naja, egal. So. So, so, so. Dann müsste ich hier gleich... Ah, ja, hier. Cool. So, das ist doch quasi so eine Abkürzung wieder. Ah, erstmal eine Blendgranate und gelbes Kraut. Sehr schön. Soll ich hier gleich jetzt aufmachen, ne? Erfolgreich geöffnet. Yeah. So. Abkürzung. Ah! Von euch hab ich jetzt aber nicht gesprochen. Trottel, ey. Krieg beide auf einmal down. Musst du ein bisschen näher ran. Warte mal, Mann, mach den hier mit... Mit Püschel! Mit Püschel-Munition down. Komm her. Oh, Mann, ey. Wir sind hier immer noch im Kapitel 4 von 5, ja? Das heißt, wir... Ja, wir müssten bald am Ende sein. Oh, oh. Hä? 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 Wieder einer oben drauf? Nein. Oh! 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 Ich wollte, dass sein Schädel explodiert, denn dann kam so ein Vieh da raus. So, zack, 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 zack. Oh, mein Ding holt voll aus, Alter. Richtig eklig. Komm schon, die! Alter! 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 Letzter Schuss, komm! Gut. Tchuuu! Hm. 21 Munition, gleich wieder alles verballert, ey. So, warte mal, ich kombiniere mal schnell das gelbe Kraut. Ich werde es auch dann einsetzen, dann habe ich... Ja, zwei komplette Kästchen voll. Gerade mal zwei, ey, das war voll übel. So, halt, habe ich hier alles abgekundet? Ja, gut, alle Schätze gefunden und ich muss da lang, Klaus. Okay, weiter geht's, raufklettern, mal gucken. Wir sollten ja Leon retten, nicht wahr? Hm, sind wir jetzt schon bei Leon? Wow! Ah, okay, ja, wir sind bald da. Hier wurde ja Leon ganz kurz so dramaturgisch dramatisiert und sowas alles. So, wo muss ich jetzt hin? Ah, wenn ich nochmal zurückgehe, ist da sogar noch ein Schatz. Ähm, ja, ich muss sogar zurückgehe, für den Schatz. So. So. Verstaube ich hier alles, mein Verdammt, nochmal. Und wieder alles so Totenstille. Ah, hier ist der Koffer. Yeah! Und da haben wir das Rot, der Rote Stein des Glaubens. Cool, 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 cool. So, und was war hier? Oh. Ach ja, hier war ja der Raum, wo Leon und Ashley reingeprettert sind mit Verlauermontur, ja. Ist ja okay. Ist ja okay, okay. Es lohnt sich also immer noch manchmal so zurückzugehen, ne? Die Karte schon im Auge behalten. Yeah, da gibt es noch geile Granaten dazu. Cool, da ist noch ein Schrank. Wer ist das denn? Ach, egal, unser gruscher König. Ja, geil, Pfeile für die Armbrust. Die muss ich echt mal öfter benutzen, weil die ist geil, die haut rein. So, ähm, sonst noch irgendwas? Nein. Gut. Wieder zurück. Dann ist da gleich das letzte Auge. Ja, jetzt der Stein ist ja nicht wirklich ein Auge hier. So, okay. Was haben wir hier noch? Lag hier irgendwas? Oh, noch mehr Pfeile. Alter, drei Armbrustpfeile. Oh, das heißt schon Zweiköcher. Na toll. Äh, äh, äh. Ja, das ist schon der Mist. Okay, wartet mal. Ich kriege aber noch gerade so hin. Na, ich sollte jetzt echt mal ein bisschen rumballern, ne? Rumballern. So, drehen. Zack, absetzen. Äh, äh, äh. Zack, zack. So, wartet mal. Ich kann auch meine Stroh durchladen. Ist auch wieder Platz. Naja, egal. So, ich weiß, was ich jetzt mache. Die ganze Zeit hier. Armbrust hier. Sieht schon geil aus, ey. So eine fette... So, mit Explosionspfeilen. Wie geil. So, haben wir hier irgendwas? Nee, hat alles schon Leon mitgenommen. Oh mein Gott. Hey, das Fenster kann kaputt gehen. Ich mach's aber nicht. So, hier könnte ich speichern. Speichern? Ja. Lieber speichern. Also ganz ehrlich, ich speichere jetzt lieber. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. So. Zack. Hm, hm, hm. Schon das zehnte Mal gesaved. Wir schwimmen schon über drei Stunden, ey. Über dreieinhalb Stunden. Viel zu hart. Hallo? Hallo? Hä? Oh, hier sind wir jetzt. Okay. Ja, hier ist Leon auch vorbeigekommen. Verdammt mich, ey. Hier waren auch überall wieder so eine Typen. Hier, durchs Holzding haben sie geguckt und so. Die müssen eigentlich schon alle weg sein, weil Leon ist ja unmittelbar vor uns hier vorbeigekommen. Nicht wahr? Aber nein. Alle wieder da. Wo sind die denn? Da ist sie da. Dann sind sie da schon. Ja. Voll nachgeladen. Geil. Ist das gelbes Kraut? Ist das etwa? Nein, es ist grünes Kraut. Wie soll denn Eder hier voll werden? Nein, ich glaube, die können überraschen. Oh. Oh. Voll daneben. Esslorn. Bam. Den hat es zerfetzt. Da oben einer? Nein. Wer lebt denn noch? Warum lebst du noch? So. Nichts weiter übrig außer Blutflecken. So. Wo ist denn da? Wo ist er? Hier ist keiner mehr. Okay, gut. Denke ich jetzt die Treppe hoch? Da oben ist ja der letzte Schatz sein. So. Ganz schnell. Was? 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 So. Hier ist doch keiner mehr, ne? Nein, hier ist keiner. So. Wo ist jetzt hier der letzte Schatz? Munition? Ja. Na. Oh. Schon wieder? Warte. Munition ist auch voll. Ähm. Ja. Munition ist richtig voll. Okay. Ähm. Ähm. Ja. Auf ihn kann ich sehr wohl verzichten. Alle Objekte außerhalb des Koffers ablegen? Ja. Einmal abgelegt. Firma weg. Hm. Hm. Ach nein. Ne, geht noch nicht. Hm. Wo ist der Schatz? Karte. In Zweifel zwei die Karte. Äh. Äh. Ach so. Der. Was? Der ist da? Bin schon vorbeigerannt? Okay. Okay. Ne, ist okay. Ist ja kein Problem. Kann ich hier durch? Durchjumpen? Nö. Okay. Wieder zurück. Oh Mann. Halt die Fresse. Voll. Alter. Der Headshot. So. Also nochmal zurück. Digga mal spannend. Wo ist der Schatz? Der Schatz der Schätze natürlich. Hier oben irgendwo. Wo ist der denn? Da oben auf dem Fenster. Okay. Jupp. Liegt vor der Fensterscheibe. Das heißt, wir müssen ein bisschen Vandalismus betreiben. Als wenn wir es nicht schon die ganze Zeit machen würden. So. Okay. Yeah. Stein des Verrats, so wie er hieß. So. Gleich mal alles kombinieren. Da kriegt wieder schön Geld. Hier. Stein des Urteils. Dumm. Da-dum. Dumm. So. Roter Stein des Glaubens. Da-dum. Und roter Stein des Verrats. Yeah. Geil. So. Fette, fette, fette Muni. Hm. Wie es hier aussieht, ey. Oh. Ihr habt so viel Munition schon wieder. Warte mal. Ich kann doch jetzt. Ich kann doch jetzt hier. Zack. Hier kommen die. Oh. Geht doch. Zack. Mann. Mann. Muss immer auf Zack sein. Ich kann doch mal wieder hier mit rumballern. Ein bisschen. Ja. Mach ich jetzt auch. So. Let's go. Meine Kids, ihr Mann. Tür auf hier. Wart ist hier los? Ist hier noch irgendwo einer? Wo seid ihr alle? Ich bring euch alle um. So. Wo muss ich hier lang? Hier lang? Oder doch erstmal hier lang? Ja. Dann erstmal hier lang. So. Hallo. Hallo. Ach ja. Diese Sackgasse hier. Blendgranate. Munition. Alles her damit. Klappstuhl. Oder wir brauchen... Ich nehme mal einen Klappstuhl mit hier. So. Eingesteckt. Und raus hier. So. Kam jetzt die Szene? Ne. Jetzt müsste ich ja da unten sein. Ich muss jetzt noch... Oder? Die Szene kommt jetzt bestimmt... Hä? Karte nochmal gucken? Ähm... Ja. Ich bin gleich am Ziel. Jo. Ich denke mal jetzt kommen gleich schon die Cutscene. Cool. Ja. Okay. Sind wir hier. Schnell Munition sammeln. Oh man hört sich schon. Man hört sich schon. Man hört sich schon Leute. Hört ihr das? Fahrschuh wurde schon benutzt. Okay. Entenhaken. Let's go. So. Schlitz. Oh man, alle schon gesehen worden. Muss ich mich jetzt vom zweiten Mal von dem Typen zerballern lassen? Scheiße. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ada, mach was. Ada. Oh. Oh scheiße. Scheiße. Ich muss der Reaktion test machen. Scheiße. Scheiße. Boah, da muss man wieder was sagen. Man. Das ist so. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 Oh, sorry Leute. Okay, dann nochmal. Hm, hm, hm. Oh, ey. Der hat sich gar nicht mit rechnen müssen. Oh, ich Idiot. So, okay. Seidenkristall und Enderhaken. Los! So! So, hoffentlich kann ich jetzt überspringen. 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 Ja. Und jetzt... Okay, ja, gut. Okay. Weiter kann ich nicht überspringen. Ja, okay, Mann. Stürb, Mann! Aida! Aida! Wow, das ist nicht die B**** in der roten Dressen. Das ist nicht die B**** in der roten Dressen. Es sieht aus, dass wir hier die dritte Hand haben. Du könntest, dein Leben zu verlangern. Aber es ist nicht so, dass du deine inwaltige Tod, oder? Was ist das? Du kennst uns? Mehr oder weniger. Vielleicht ist es über die Zeit, dass du mir die Grund, warum du hier bist. Vielleicht ein paar andere Zeit. Vielleicht ein paar andere Zeit. Die mysteriöse Frau in rot. Mit einer lieben Frau mit Geheimnissen. Ach ja. Ende des Kapitels. Mit einem coolen Close-up. To Aida. Trefferquote sinkt. Oder bleibt gleich. Ganz komisch. So, ich hab insgesamt schon 200... 274 Typen gekillt. Und hab insgesamt siebenmal verloren. Ist das nicht toll? So, Aidas Bericht. Leon S. Kennedy. Perhaps the most essential part of this mission. This story wouldn't be complete without him and his formidable survival skills. He has what it takes to survive against overwhelming odds. I've seen him do it before. And he's improved since then. Practically a genius. He has smarts and he knows how to use them. On top of that, his service as a government agent has toughened him up. I'll work behind the scenes to make him think he's the primary player here. Though it may be naive of me to think that'll be easy. Considering the involvement of both Sadler and Krauser, the possibility of unforeseen problems is there. But I need him in the supporting role for me to achieve my goals. I'll do whatever it takes to keep him in his place. And make this all go smoothly. Of course, his role didn't exist at all until a few months ago. Back then, my role was much simpler too. But that was before the President's daughter was abducted and Leon was dispatched alone to find her. Talk about a major script revision. I don't think I need to worry. Leon's been through worse and always comes up smelling like roses. His consistent luck is part of the reason why I have absolute and unshakable faith in my vision of what's in store for him. And then also the separate ways are finished. Speichern, of course. Hey, and it looks like we could just be able to finish the whole part. Yeah, not exactly. But I think we'll look at the whole part in chapter 5. And then... How many parts will it be? I'm curious. The last chapter is already big. Oh, no. Nein. Ja, Kapitel 5. Wow, we're already here. Huh? Report. Time is almost up. Krauser is dead. Really? Hmm. Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything, that could interfere with our plans. Okay, oh. Okay, wartet mal. Das ist doch hier. Hey, so groß ist das Kapitel gar nicht. Oder? Doch, doch, doch. Ich muss ja... Hier geht's ja erst noch weiter und dann bin ich ja nochmal ganz woanders. Ich muss ja auch erst mal durch dieses olle Kriegsgebiet hier durch. Oh nein, ey. Nicht schon wieder. Naja. Okay. Freunde, ich würde sagen... Oh, der... Oh, der Händler schon wieder. Wie der mich immer erschreckt. Okay, Leute. Die Musik wird dramatisch und fett und hart. Wir werden uns im nächsten Part dann mal die Händler wieder umgucken. Weil irgendwas Neues hat bezweifle ich zwar, aber ich bin gespannt. Und ja, wieder vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Es geht in Richtung Finale und dem wirklichen Ende des Let's Plays. Bis zum nächsten Part. Ciao. Ciao.